Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Aufputzlichtschalter richtig anschließen und somit auch fachgerecht verdrahten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schallplan, wie das Ganze hier dann funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer 3-artigen Leitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer Verteilerdose. Von dort aus geht es weiter mit einer 5-artigen Leitung zu meinem Lichtschalter. Das Problem ist nämlich, wir dürfen den blauen Neutralleiter und den grün-gelben Schutzleiter laut VDE-Norm hier nicht an meinem Schalter anschließen und brauchen somit diesen schwarzen hier. Und dann geht es auch mit einer 3-artigen Leitung weiter zu meiner Lampe. Der blaue Neutralleiter meiner Zuleitung wird an meine Lampe direkt angeklemmt, genauso der grün-gelbe Schutzleiter hier und der meist braune Außenleiter. Der wird jetzt erst einmal hier bei der Eingangsklemme L bei meinem Lichtschalter angeklemmt, dann wird das Ganze geschalten und hier hinten bei der Ausgangsklemme, welche meistens mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet ist, wird der korrespondierende Leiter, in meinem Fall schwarz, kann natürlich auch grau sein, erstmal wieder in die Verteilerdose gezogen und von dort aus geht es mit dem braunen Außenleiter weiter zu meiner Lampe. In der Praxis kommen wir von links mit einer 3-artigen Zuleitung direkt zu unserer Verteilerdose. Von dort aus geht es weiter mit einer 3-artigen Leitung hier hoch direkt zu meiner Lampe, welche ich übrigens auch schon in meinem extra Video fachgerecht angeschlossen habe und nach unten geht es jetzt mit einer 5-artigen Leitung direkt zu dem Gehäuse von unserem Lichtschalter, was ich übrigens davor auch schon einmal richtig montiert und natürlich auch mit einer Wasserwaage ausgerichtet habe. Meine Leitung hier unten habe ich übrigens ab dem Eingang von meinem Lichtschalter um genau 12 cm länger gelassen, in die Verteilerdose habe ich das Ganze um genau 15 cm jeweils hineinschauen lassen und jeweils aber auch 1 cm von dem Mantel noch hier in die Dose hineingegeben, dass ich einfach auch eine entsprechende Zugentlastung habe. Außerdem ist wichtig, man sollte unbedingt solche Schellen hier verwenden und diese sollten in einem maximalen Abstand von 10 cm zur Verteilerdose und vor allem auch zu so einem Gehäuse stehen. Wenn alles dementsprechend vorbereitet ist, kann ich jetzt auch schon mal hier meine Leitung unten sauber abmanteln und zwar genau in so einem Abstand, dass ich hier anschließend noch 1 cm von dem Mantel in meinen Lichtschalter hineingeben kann, um auch hier natürlich eine entsprechende Zugentlastung zu haben. Als nächstes nehme ich jetzt mal meine Kabel-Durchführung hier hinten aus dem Gehäuse raus, bei mir ist auch schon ein Loch drin, wenn es bei dir nicht so ist, dann einfach noch nachträglich eins reinmachen und dieses kann ich jetzt nämlich auch schon hier auf meine Leiter und vor allem auch auf meine Leitung dementsprechend draufgeben. Wichtig ist, man sollte es jetzt auf jeden Fall noch etwas höher schieben und anschließend wieder einen Ticken zurück, denn dadurch stülpt sich jetzt der Gummi hier oben drüber etwas um, es kann sich kein Wasser hier oben bilden und somit können wir dann nämlich auch schon wieder das Ganze hier in unser Gehäuse geben und die Schelle hier oben auch wieder festmachen. Danach kann ich auch schon mal alle meine Leiter hier unten auf genau 11 mm abisolieren, abisolieren, so wie es für meine Klemmen anschließend auch passt. Laut Schaltplan benötige ich ja nur meinen braunen und meinen schwarzen Außenleiter, weswegen ich jetzt auf die anderen Leiter einfach mal so eine Klemme hier jeweils sicherheitshalber noch einzeln drauf geben kann. Mein grün-gelben Schutzleiter kann ich übrigens jetzt bei meinem Modell auch hier rechts unten einmal noch anklemmen. Danach die im Moment nicht benötigten Leiter mal mit genug Reserve hier hinten im Gehäuse verstauen, damit kann ich ja später immer noch zum Beispiel eine Steckdose hier drunter setzen und dann stehen auch nur noch die zwei Leiter hier hervor, welche ich jetzt auch benötige. Den braunen Außenleiter habe ich hier hinten drin jetzt nochmal schön umgebogen, um auch genug Reserve zu haben und anschließend habe ich ihn hier oben bei der Eingangsklemme L einmal draufgeschlossen. Der schwarze Außenleiter, welcher ja mein Korrespondierender ist, den gebe ich einmal direkt hier unten auch gegenüber in die Eingangsklemme. Wenn ich ihn auf der linken Seite anklemmen, dann wäre im Moment nämlich das Licht außen, sobald hier oben das Ganze betätige, würde das Licht angehen, so wie es normalerweise auch sein sollte und hätte ich jetzt auch den schwarzen Außenleiter hier auf der rechten Seite angeschlossen, dann wäre das Licht jetzt im Moment aus und es würde jetzt angehen. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich das Ganze einmal sauber in das Gehäuse hier hinten hineingebe. Anschließend kann ich auch schon meine Blende hier vorne aufsetzen und mit einem Schraubendreher einmal die zwei Schrauben hier festdrehen und zum Schluss kann ich meine Abdeckung hier vorne noch mit etwas Schmackes einmal sauber eindrücken und schon funktioniert der Lichtschalter auch. Da unser Lichtschalter fertig angeschlossen ist, müssen wir jetzt noch bei unserer Verteilerdose weitermachen. Hierfür habe ich mir schon mal alle drei grün-gelben Schutzleiter hier auf die rechte Seite rübergelegt. Danach geht es mit unseren drei blauen Neutralleitern hier weiter. Dann benötige ich mal den braunen Außenleiter meiner Zuleitung und auch den braunen Außenleiter, welcher direkt zu meinem Lichtschalter runtergeht. Und zum Schluss lege ich mir noch meinen schwarzen korrespondierenden Leiter von meinem Lichtschalter hier unten und auch meinen braunen Außenleiter, welcher zur Lampe direkt hochgeht nebeneinander. Bevor ich es vergesse, natürlich lege ich mir auch meinen grauen Außenleiter mal zurecht, welchen ich nicht benötige, da hier anschließend auch eine Klemme sicherheitshalber noch draufkommt. Jetzt alle Leiter mit einem Seitenschneider aber erst einmal auf dieselbe Länge abkürzen und danach kann ich sie wieder genau auf 11 mm für meine Klemmen anschließend kürzen. Bei mir passt alles soweit, deswegen ich jetzt auch schon die Klemmen laut meinem Schaltplan richtig einmal hier drauf geben kann. Da jetzt alles fachgerecht und vor allem auch ordentlich verklemmt ist, kann ich das Ganze auch mal noch etwas hier hinten in meine Verteilerdose hineindrücken und danach gebe ich auch schon meine entsprechenden Deckel hier oben drauf. Und jetzt können wir mal Spannung auf das System geben und schauen uns das Ergebnis an. Sobald ich den Lichtschalter jetzt betätige, geht das Licht auch an und natürlich dementsprechend auch wieder aus und somit haben wir so einen Aufputz-Lichtschalter jetzt auch schon fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir jetzt übrigens einen Aufputz-Lichtschalter, Leitungen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.